Ja, Izzy, wo bist du, Mann? Bist du immer noch am Tauchen, Izzy? Ja, ich glaube, ich habe eine Muschel gefunden. Du hast eine Muschel gefunden? Oh Mann, du bist ja wieder mit deiner Ausrüstung unterwegs. Ach nee, ist doch nur ein Popel gewesen. Ist nur ein Popel gewesen. Izzy, pass auf. Wir sind jetzt schon ganze fünf Jahre alt, ne? Und wenn man fünf Jahre alt ist, dann wird es langsam Zeit, für einen eine Mutter zu suchen, ja? Wir sind jetzt bisher die ganze Zeit alleine aufgewachsen und du hast uns die ganze Zeit nur Fische zum Essen gebracht. Aber ich würde sagen, es wird jetzt langsam Zeit, eine Mutti zu suchen oder sowas. Na, deswegen komm mit, ich zeig dir mal einen Laden, ne? Wir können doch Popel essen. Nein, wir essen keine Popel mehr. Wir haben jetzt fünf Jahre lang schon Popel gegessen, die du aus dem Wasser gefischt hast. Und jetzt möchte ich mal was Gescheites auf den Tisch bekommen. Und was Gescheites kann nur die Mutti machen. Deswegen gehen wir in diesen Adopt-and-Race-Laden und da können uns Leute adoptieren. Das ist doch eine coole Geschichte. Und wir sind perfekt für dieses Alter. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. So, und jetzt müssen wir halt nur noch warten, bis jemand hierher kommt und uns adoptiert. Oh, guck mal, da kommt schon ein Vater. Und der bringt uns sogar Pizza. Ich sag's dir, die Erwachsenen haben alle. Hier, hallo. Hey, du da. Hier, ich bin mit. Bitte, bitte, nimm mich. Nicht gehen, ich bin viel besser. Hallo, hallo, du da. Hey, wir sind hier. Hey, du kannst mich adoptieren. Komm, adoptier mich. Warte, der soll mich adoptieren. Glaubst du, der gibt uns etwas zu essen? Nein, 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 der soll mich adoptieren. Komm schon. Max James, Max James, adoptier lieber mich. Ich bin der coole Vogel. Oh mein Gott, er hat dich adoptiert. Ich bin der Vater. Oh mein Gott, easy. Oh nein. Ich wurde adoptiert. Oh nein, jetzt geht er weg. Jetzt nimmt er mich. Okay, Roman, ich gehe nicht ohne dich. Ich, oh nein. Ich brauche auch irgendwie einen Papa. Warte mal. Ich bin ausgespurt. Hey, willst du mich als Papa nehmen? Hey, guck mal, ich habe auch einen Papa. Oh, wir haben jetzt beide irgendwie einen Pfarrer. Hey, was macht der mit mir? Hallo? Warum schickt der mich ins Wasser? Der hat mich auf dem Strand liegen lassen. Oh mein Gott, er hat mich auf die Straße geschmissen. Oh nein, ich hasse es. Guck mal, wie ich jetzt hier liege. Weißt du was, easy? Wir machen einfach was richtig Cooles, was man sowieso ohne Eltern machen muss. Wir gehen einfach ins Schwimmbad. Komm mit. Wir nehmen einfach mal die Rutsche hier. Du bist doch sowieso richtig gut im Schwimmen. Er hat da. Er hat da. Und wuuu. Er hat da. Alter, hast du gesehen, wie weit ich gerade eben gesprungen bin? Was geht denn hier ab? Guck mal, hier ist eine Luftmatratze. Oh, eine Luftmatratze. Ja. Ja, 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 ja. Pass auf. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch die gelbe Rutsche. Und dann wird hier auch nochmal richtig runtergeslidet. Aber das ist auf dem Spielplatz. Ah, alle, hopp. So, wollen wir gleich auch noch auf dem Spielplatz. Yes. Ey, oder wir springen vom Zehner. Traust du dich vom Zehner zu springen? Vom Zehner? Zehn Meter Brett. Oh ja, voll cool, das machen wir. Also, ich springe auf jeden Fall vom Zehner. All right. Oh mein Gott, hier muss man voll lang nach oben klettern. Aber guck dir das mal an. Ja, oh mein Gott. Klauschen, man kann hier richtig drauf bouncen, ne? Oh, siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Jetzt. Alle, oh. Oh, je. Hast du den gesehen, Mann? Crazy Moves. Okay, traust du dich auch? Oh, Alter, ist das schwer hier rauszukommen? Ich schau dir zu, ich schau dir zu. Wie kann ich hier drauf baußen? Ich weiß nicht, ich schau grad zu. Und, 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 und. Mega langweilig. Du hast ja nicht mal ein Salto gemacht. Lass mal auf den Spielplatz da gehen. Oh nein, da ist eine wilde Mutter. Oh, das ist eine Mama. Hoffentlich fängt die uns. Ja, die Mutter spielt auch im Dings, im Spielparadies mit uns zusammen. Die ist mir sympathisch. Die ist zwar zu alt, aber was soll man denn da machen? Alter, guck mal, hier ist eine Rutsche, die man fahren kann. Ich komm hier nicht hoch. Ganz langsam und springen. Ja, ja, genau. Ich rutsche auf jeden Fall hier schon mal die Rutsche. Oh, Mama. Oh mein Gott, ich rutsche die einfach auf dem Gesicht. Ich lege mir neben dem Gesicht im Sand, Alter, wie so ein Strauß. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Warte mal. Lass mal noch kurz hier hochgehen. Oh, ich gehe da hoch. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, die zweite Rutsche. Die ist, au, 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 au. Die ist nicht so gemütlich wie die anderen rutschen, aber die geht im Kreis. Oh mein Gott, bist du mir gerade entgegengekommen? Oh mein Gott, man kann die Rutsche einfach so hoch. Hochlaufen? Ja, es ist schwierig. Ach so, du musst da hoch hüpfen, meinst du? Ja. Ah, crazy. Aber es geht, komm, lass machen, lass machen. Oh mein Gott, ich bin ganz oben, ich bin ganz oben. Ich bin einfach die ganze Rutsche. Oh, jetzt. Und jetzt wieder runter. Alle, au, 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 au. Guck mal, meine Rutsche da. Oh mein Gott. Guck mal, wir hängen fest. Easy, du bist zu fett. Du, was? Du bist zu fett, wir stecken hier in der Rutsche fest. Oh, guck mal hier. Sagt das unserer Mama. Hier ist so ein Ding, was man, glaube ich, so drehen kann. Kann man das drehen oder sowas in der Art? Guck mal, hier habe ich so ein Herz. Oh, guck mal. Easy, ich habe ein Herz für dich. Oder ein Stück Pizza. Oder ein Herz. Oder ein Stück Pizza. Ja, ich nehme die Pizza. Easy, was machst du da? Oh, du bist doch jetzt schon 20 Jahre alt. Wie kann man denn bitte schön auf den Baum klettern und da nicht von alleine runterkommen? Ich bin nicht raus. Ich bin gestolpert. Ich hole dich da runter. Du bist auf den Baum gestolpert. Ich bin auf den Baum gestolpert. Okay, ich komme da hoch. Ich kriege das hin. Kennst du das nicht, wenn man hinfliegt? Ich bin da, ich bin da. Hier, warte. Ich nehme dich in den Kinderwagen mit. Und zu. Okay, ich habe dich runtergeholt. Sweet. Okay, pass auf. Easy, wir sind jetzt Jugendliche. Wir sind 20 Jahre alt. Okay. Wir müssen uns jetzt den Style holen. Verstehst du das? Boah, sind wir alt. Wir müssen jetzt cool sein, Mann. Okay. Wir müssen uns jetzt coole Klamotten oder sowas in der Art holen. Und wir brauchen ein Auto oder sowas. Weil wir sind jetzt nämlich 20 und im 20er Alter hat man coole Klamotten und ein cooles Auto. So, was wähle ich mir aus? Was nehme ich denn jetzt hier? Okay, das ist ein bunter Adidas Pullover. Ich glaube nicht. Oh, was von Supreme. Oh, man. Oh, das ist nice. Ich sehe jetzt wieder aus wie ein Vogel. Was von Supreme oder was von Palace. Ey, guck mal meine Sachen an. Oh, crazy. Oh, guck mal, wie cool ich aussehe. Das sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Yeah, yeah, yeah. Wir sind jetzt richtige 20-Jährige. Oder wir holen uns eine andere Körperstatur. Die kann man sich nämlich hier auch kaufen. Nimmst du die? Oh mein Gott, das sieht mega mädchenhaft aus. Das hier? Ich wollte das nehmen. Auf meiner Rückseite von meinen Schuhen steht auch Adidas drauf. Mann, bin ich cool. So, pass auf. Ich habe eine Idee. Weißt du, was auch noch dazu gehört, cool zu sein? Neben deinen breiten Extremschultern. Wir müssen... Du siehst so aus, als ob du zehn Jahre Bodybuilding gemacht hast. Ja, komm mal her, hier. Pass auf. Wir kaufen uns jetzt am besten noch mal kurz ein Auto. Ich kaufe uns einen Sportwagen, okay? Okay, cool. Mal gucken, was ihr dann bekommen könnt. So, Vehiclespawner. Ich glaube, wir müssen sogar zum Dings gehen. Zu dem Wagenverhändler oder so. Ein Autofachhandel. Ist hier ein Autofachhandel oder sowas in der Hand? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal da hinten. Ich glaube, bei diesem Game Pass Only, da kann man hingehen. Und dort kann man sich, glaube ich, ein Auto kopen. Aber ich weiß nicht, wie viel das kostet. Doch, Vehiclespawner. Jede 20 Sekunden. Alles klar. Ich gehe mal drauf. So. Okay, was steht da jetzt dran? Ich glaube, da muss ich doch jetzt eigentlich so... Ach, da. Genau, das kaufe ich jetzt. Okay. Ich bin jetzt gerade noch am Kaufen. Wir kaufen uns ein Auto. Okay. Wir kaufen uns ein Auto. Ich habe es gekauft. Wir kaufen uns zwei Autos. Yes. Ich glaube, da sollte jetzt irgendwas kommen, oder? Oh. Guck mal. Danke schön für mein neues Auto. Ich habe jetzt ein Auto gekauft. Warte. Du kannst da jetzt mit einsteigen. Oh, was? Ich habe ein Cabrio. Oh, yeah. Easy. Guck mal. Wir haben ein Cabrio. Oh, yeah. Boom, boom, boom. Boom, yeah. Wir sind 20 jetzt. Guck, jetzt haben wir unseren Führerschein gemacht. Du hast den Hund angefahren. Wir sind fertig mit der Schule. Du hast seit einer Sekunde das Auto. Du fährst erst mal kleinen Hund an. Guck mal, wir machen einen Drift auf dem Parkplatz. Oh, nein. Oh, mein Gott. Bin mir schlecht. Guck doch, ich drifte gerade voll. Und jetzt raus hier wieder. Ich stehe aus. Nein, wir fahren noch kurz über die Brücke. Oh, guck mal, da sind Zelte. Oh, yeah. Und wir verbringen einen romantischen Nachmittag auf dem Strand. Auf dem Strand. Kannst du dich noch an die Frau erinnern, die mich im Sand abgelegen hat, als ich noch jung war? Das waren Zeiten, du. Das waren Zeiten. Ach, ist das schön. Guck mal, jetzt kennen wir uns hier, weil wir nämlich jetzt schon fast erwachsen sind. Ich gehe nach Muscheltausen. Oh, nein. Mein Cabrio hat sich gerade auf den Kopf gedreht und jetzt ist es weg. Nein, da ist es wieder. Oh, nein. Oh, nein. Kriegst du auseinander? Wollen wir noch was anderes Cooles machen? Ich muss dafür nur noch mein Auto irgendwie umdrehen oder sowas in der Art. Wir können uns eigentlich auch dort hinten ein Feuerwerk oder sowas kaufen. Wollen wir das? Ja. Oder wir holen uns ein neues Transportmittel. Und zwar gibt es hier nämlich so einredige Motorräder. Wir können ja in den Laden daneben dran gehen. Warte, ich nehme dich im Kinderwagen mit. Oh, danke. Das ist aber sehr nett. Jetzt liegen wir auf der Straße. Aua. Oh, jetzt. Hä, du läufst und ich hänge am Kinderwagen. Easy, was tust du? Jetzt fahren doch endlich. Okay, lass dich wieder raus. Oh mein Gott. Ich will dieses Motorrad. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, wie cool das aussieht. Können wir uns das irgendwie holen oder sowas? Ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Man muss mit diesem Tom da reden, wenn man was haben möchte. Hallo Tom. Ich würde mir gerne Invisibility Cape Disco Bike. Oh mein Gott. Ich möchte ein Disco Bike, aber ich habe nicht genug Geld für ein Disco Bike. Ein blaues Super Bike möchte. Oh, ich habe es mir gekauft. Hey, ich habe das. Du kannst dir das auch holen, Easy. Geh mal dahin. Was muss ich? Wie viel brauche ich? Oh mein Gott. Guck mal, was ich habe. Oh man, das. Oh yeah. Das kannst du dir einfach so kaufen. Okay, ich glaube, ich habe es gekauft. Hast du es? Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Das zieht sogar eine Spur hinter dir. Oh, was? Ist es das hier? Guck mal, wie cool. Nein, das ist ein Kinderwagen, Easy. Oh. Alter, kannst du. Oh mein Gott. Was passiert hier? Hast du es auch? Oh mein Gott. Okay, pass auf, pass auf. Lass uns auf der Straße fahren. Ja, das ist mir auch gerade passiert. Pass auf, komm mit, komm mit, komm mit. Wir müssen hier drauf, auf die Straße. Du musst es kurz wegnehmen, das Auto, mit vier. Und dann kannst du es wieder wegmachen. Ich kann fahren, ich kann fahren. Oh Mama, guck dir das mal an. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Ey, wir brauchen übrigens einen Job oder sowas. Weißt du was, Easy? Wir müssen uns noch ein Haus kaufen. Hier. Ja, lass ein Haus kaufen gehen. Lass mal das Haus hier kaufen. Easy, wann kommt meine Pizza? Ich bin schon echt leicht die ganze Zeit, dem Feuer hier zu... Ich war doch vor euch, ich mach doch schon. Ich hätte dich niemals heiraten sollen, Easy. Das ist nicht richtig gewesen. Nein, nein, auf mir die Pizza ins Gesicht zu schieben. Lass dich die Pizza auf! Ich hab dir gesagt, du sollst deine blöde Katze von der Schulter nehmen. Ich kann es gar nicht mehr aushalten mit dir. Das ist mein einziger Freund. Ich geh jetzt nach oben. Guck mal, das ist hier ihr Katzenhaus. Was? Ihr Katzenhaus? Hier, das ist ihr Katzenhaus. Oh nein, du hast da einer Katze ein Katzenhaus in unserem Haus gebaut. Ja. Mein Easy, ich lebe nicht umsonst schon 100 Jahre in diesem Haus, damit hier am Ende eine Katze wohnen. Pass auf, dass das dann nicht dein Haus wird. Das wird hier noch bald mein Haus, das sag ich dir. Das Katzenhaus, ja, dann kannst du da einziehen. Ja, so, ich bin jetzt hier durch die Tür gegangen und ich gehe jetzt schlafen. So, weil alte Menschen gehen nämlich immer schlafen. Wie lege ich mich hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe doch auf den Balkon und mache Erwachsenensachen. Ich beobachte die Leute auf der Straße. Ich springe aufs Dach. Glaubst du, irgendjemand wird hier an unserer Straße vorbeilaufen? Ist ein runtergefallen. Ah, da ist eine Verrückte runtergefallen. Eine verrückte alte Schachtel ist da runtergefallen. Hast du das gesehen? Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die nicht gesehen. Nee, nee. Ich schaue gerade den Leuten zu. Ich schaue mal mein Fernblas. Ich will die Leute beobachten. Ich beobachte die Leute auch. Da hinten passiert, glaube ich, irgendwas. Aber ich bin zu alt, um dort hinzulaufen. Ich bin auf unserem Dach. Ich bleibe lieber zu Hause. Izzy, erinnerst du dich eigentlich noch? Wie bist du denn auf unser Dach gekommen? Ja, hier, eine Etasche über dir. Wie bist du denn da hingekommen? Alte Leute-Power. Ah, okay. Du musst eine Treppe hochgehen. Ich wohne hier schon seit 100 Jahren. Ich komme ja, ich komme ja. Ich fahre die Treppe mit dem Motorrad hoch. Komm nach dem Pizza-Groch. Hier ist die Pizza. Ah, die Pizza. Komm, hol dir die Pizza los. Komm, hol sie dir. Ah, noch ein Schlafzimmer. Ich wusste gar nicht, dass wir noch ein Schlafzimmer haben. Hol dir die Pizza. Ich glaube, wir standen noch getrennt. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo ich vom Loch Ness eingezogen wurde ins Weltall und dann war ich für 100 Jahre nicht mehr da? Ach, das war ein schöner Tag. Ja, das war schon schön. Und jetzt stehen wir hier oben und beobachten die Leute, wer an unserem Haus vorbeifällt. Und wenn hier irgendein Kind uns einen Ball auf den Balkon schießt, dann werden wir ihn nicht zurückgeben. Ich liebe es, alt zu sein. Dann schicke ich meine Katze, Larissa, und dann macht sie alle fertig. Genau. So, Leute. Wir hoffen auf jeden Fall, unser Lebenszyklus hat euch gefallen. Das waren Izzy und Roman. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder 100 Jahre alt werden. Haut rein, Leute. Ciao.